ARD Text im Auftrag von Funk Hast du mal mit ihm geredet? Wo ist denn Jonas? Krono. Oh, Matteo. Ich versuche ihn ein bisschen anzudämmlich, aber... ...das funktioniert nur so semi. Also, Matteo ist ja schon ganz süß. Ich glaube nicht, dass Matteo auf dich steht. Jonas ist mein bester Freund. Das war geöffnet, als Matteo mir sein Handy gegeben hat. Komm her. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so eskaliert. Das war's für heute. Das war's für heute.